Kommen Sie von dem Gebüsch hier runter. Genau, hier. Komm. Komm, 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 los. Gehen Sie da runter. Ey. Ich möchte den da runterstoßen. Der soll da runtergehen. Nein. Der soll da jetzt runter. Ey. Warte mal, warte mal, warte mal. Gehen Sie da runter. So. Hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer Weihnachtsfolge LHPTVR mit mir, dem Racer und euch, dem Zuschauer. Ja, wir sind wieder im deutschen Setting und zwar in Los Berlinos. Das hat jemand in die Kommentare geschrieben. Ich dachte mir, das klingt ganz cool. Das fand mehrere ganz gut. Dann dachte ich mir so, ja, dann nimmst du das mal. Das heißt, wir sind jetzt in Los Berlinos, deswegen hier das B. Das ist nicht wegen Berlin, sondern wegen Los Berlinos. Äh, dort fahren wir jetzt Streifen. Vielen Dank, der das, der das by the way reingepostet hat in die Kommentare. Vorschlag war nice. Äh, so wie dazu. Wir spielen jetzt wieder Deutsch. Das heißt, ich habe wieder nur Ahnung von gar nichts. Und deswegen habt ihr mir auch eine Menge Kommentare geschrieben. Und dazu möchte ich kurz was sagen. Und zwar, ähm, läuft da Wasser runter? Oder Wasser runter, oder? Also jetzt, oder hier das Bild? Ja, hier. Da ist Wasser. Also jetzt, wenn ihr hier vor das schwarze Ding guckt, kommt das runter? Ah, da oben aus dem Rohr. Okay, interessantes Detail. Ähm, und zwar wollte ich noch sagen zu den Kommentaren. Äh, ich, ich antworte nicht auf alle Kommentare. Ja, das ist, äh, das merkt ihr vielleicht. Das merkt vielleicht ganz speziell ihr, wenn ihr Kommentare schreibt und ich halt nicht darauf antworte. Das, äh, macht Sinn. Ähm, was aber nicht heißt, dass ich das nicht lese und dass ich den Kommentar auch nicht zur Kenntnis nehme. Ich nehme den Kommentar zur Kenntnis und ich lese ihn auch. Nur das Problem ist halt, ich kriege pro Tag, sagen wir mal, schon 20, 30 Kommentare. Das kann man schon sagen. Wenn nicht sogar noch mehr. Ich weiß es jetzt nicht. Ähm, und da kann ich halt, also ich kann natürlich schon auf jeden antworten. Das ist schon noch machbar theoretisch. Aber man möchte sich halt nicht immer hinsetzen und, äh, auf Kommentare antworten. Weißt du, das machst du halt so nebenbei immer. Da, da nehme ich mir nicht extra Zeit für. Das machst du immer nebenbei. Wenn einem gerade langweilig ist oder so. Oder wenn du gerade abends auf dem TeamSpeak chillst, antwortest du noch ein paar, beantwortest du noch ein paar Kommentare. Weißt du? Ähm, ich antworte auch nicht auf alles, weil ich auch viel nicht weiß, was ich jetzt antworten soll. Zum Beispiel, weißt du, wenn ich immerhin schreibe, oh, danke für den Tipp, danke für den Tipp. Das ist sauer und mir komisch. Aber ich nehme alles zur Kenntnis. Ähm, warte mal. Müssen wir mal kurz was machen. Müssen wir mal kurz anhalten, weil der ist hier reingefahren. Äh, deswegen, ne, ihr könnt ruhig weiter Kommentare schreiben, ich nehme die auch zur Kenntnis. Genauso wie derjenige, dessen Name ich vergessen habe, mit den Sirenen. Der mir erklärt hat, gut, dass es, dass es eine Land-Sirene ist, das wusste ich, aber das andere nimmt man scheinbar zum Anhalten, ne. Also gerade für das, wofür ich es gerade nicht verwendet habe. Ähm, vielen Dank dafür. Und die Sirenen ändern kann ich leider nicht, beziehungsweise könnte ich schon, aber es hat derselben Effekt. Also ich kann dieses Verb and Jelp nicht ausmachen. Naja, egal, jetzt hätte ich gerne erstmal ihren Ausweis. Nicht so viel dazu, ne. Also schreibt ruhig weiter Kommentare, ich ignoriere die nicht. Ich gehe da, ich, also ich lese die halt schon. Ich antworte halt nicht auf alles. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. So, Rachel Garz, ja. So. Äh, alles ist in Ordnung, okay. Ja, sie haben vorne gerade das Auto gecrashed. Das sehen sie ja vorne in ihrer Schnauze. Ähm, deswegen. Und unsere Fahrerflucht, sie sind weitergefahren. Eigentlich kann ich sie nicht gehen lassen, aber ich glaube, ich bin mal freundlich zu ihnen. Ich glaube, ich gebe ihnen, äh, eine Fahrerflucht, muss aber schon was geben. Äh, machen wir mal 3500. Oder? Das ist fair. Ja, und lassen sie ihr Auto reparieren. Das könnte sein. Äh, wegen Aggressive Carless Driving. Ähm. Ne, also gucken sie, dass sie, dass sie von fortan sicherer fahren und vor allem nicht Fahrerflucht begehen. Das ist überhaupt nicht gut. Ne, dann wünsche ich ihnen einen schönen Tag. So. Okay, weiter geht's. Ach, by the way, was ich auch noch sagen wollte, zu der Folge, die gestern kam, zu dem Banküberfall. Ähm, es gab damit scheinbar Probleme. Eine konnte es nicht abspielen, der andere hat... Keine, nicht alle Auflösungen. Der dritte, äh, hat komplett Probleme gehabt mit YouTube. Ähm, das liegt im Prinzip... Ui, ich fahre ja nach... Egal, komm, fahren wir jetzt drüber. Ich fahre ja nach Verkehrsregeln im deutschen Setting. Das liegt eigentlich an YouTube. Also das liegt nicht an mir oder so, das liegt an YouTube. Lass mich das so langsam verarbeiten. Und eigentlich ist das nicht anders als sonst. Also es war gestern kein besonderer Tag oder so. Es lag einfach schlichtweg daran, dass die Folge eine fucking halbe Stunde lang ging. Sogar noch länger. Und ich dachte, das geht. Ich dachte, der verarbeitet das halt ein bisschen länger. Aber dass das dann wirklich irgendwie zwei, drei Stunden lang nicht in allen Auflösungen verfügbar war, das... Ach, das war... Das war blöd. Das... Da hab ich mich auch selber dann geärgert. Ähm... Aber ich hab's halt nicht früher hochgeladen bekommen, weil ich bin gestern erst um... Nee, ja doch, gestern, ich gestehe, um 15 Uhr aufgestanden. Dann geschmeidig 15 Uhr. Dann dann was hochladen, was irgendwie... Ich glaub, sieben Gigabyte war die Folge groß. Sieben Gigabyte mal eben hochladen. Das geht halt auch nicht so schnell. Dann war's um 18 Uhr oben. Äh... Und dann noch die ganzen Auflösungen. Ich dachte halt, um halb sieben ist dann alles fertig. War's leider nicht. Ne? Hab dann auch gemerkt, um halb sieben war gar nichts fertig. Um halb sieben war dann der erste Kommentar mit, es geht nicht. Und das hat mir gezeigt... Das hat mir nicht gezeigt, irgendwie, dass YouTube mal wieder scheiße ist. Das weiß ich nämlich schon davor. Das hat mir aber gezeigt, dass wir niemals 30 Minuten Folgen machen können. Die sind zu anstrengend für... Für die Planung und alles. Weil... Das Hochladen und alles. Das ist auch so willkürlich. Der ganze... Der ganze Rechner hat dann gespackt irgendwie. Weil der so lange hochgeladen hat. Ich verstehe... Also gestern war komisch. Ey, wir haben grün. Ja, komm. Egal. Dispatch calling unit 6, Lincoln 12. Citizens report criminal activity. Wir haben einen Mord. Ey, nicht, nicht, nicht uns reinfahren. Nicht uns reinfahren. Ich darf ja nicht, ich darf ja nicht. Ich vergesse das immer, es tut mir leid. Und ich weiß eigentlich, verwendet man das eher nur an Kreuzungen und an Hindernissen und whatever wo. So, wir durften beide mal reparieren, wenn wir vorhin was kaputt. Ähm. Ich mach das aber überall, weil es einfach realistischer ist. Ähm. Ne, nicht was realistischer ist, sondern weil... Nur weil ich das einfach besser finde, wenn man mit Sirene fährt. Weil so viel so den Unrealismus, den muss ich mir nehmen. Tut mir leider halt, dass ich das nicht gut finde, aber das muss ich mir nehmen. Ich hab keinen Bock, ständig so zu meiner Hand zu fahren. So wäre ein Mordfall. Park mir jetzt am besten. Das ist eigentlich ganz gut, oder? Wollen wir hier parken? So. Und lassen Sie mich bitte... Ja, komm, fahren Sie noch durch. Jutentag, die Herren. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Sie haben einen Mordfall... Kommen Sie erst mal von dem Gebüsch hier runter. Ey, Kollege. Kommen Sie mal von dem Gebüsch hier. Das ist das Eigentum von Los Berlinos. Kommen Sie mal... Okay. Egal. I didn't see much, sir. He was claiming to be her boyfriend and she was pushing him away. Achso, by the way, ich übersetze das immer. Er meinte, er war... Sein Freund und sie hat ihn dann weggestoßen. Sie hat mir gesagt, dass sie ihn nicht kennt und nicht gefragt, die Polizei zu rufen. Oder gebeten, die Polizei zu rufen. Ich denke, das ist der. Kommt gerade zurück zum Einsatzort. Ich gebe dir eine Aussage, wenn du möchtest. Okay, warte mal. Da hinten, der Junge. Oh, entschuldigen Sie. Äh, was haben Sie gesehen? Oh, thank God you're here. Achso, danke, dass Sie da sind. Äh, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich war so, äh, eingeschüchtert. Äh, dieser Mann, dieser Typ da, der hat mich angekrapscht. Äh, er kam hinter mich. Äh, hat seine Arme um mich gelegt. Ich dachte, es war mein Freund. Aber als er geredet hat, habe ich seine Stimme nicht wiedererkannt. Äh, mir ist egal, was passiert. Sie, das ist, ich möchte nur, äh, dass er mir nicht, dass er mir nicht mehr was antut, nicht in Neblatt oder. So, da hinten ist er Typ. Äh, ich lauf mal nochmal. Was ist noch? Liegt der Nick gegen ihn vor? Guten Tag. Officer, wir müssen Ihnen glauben, ich habe nichts gemacht. Sie hat was erfunden. Ich schwöre es, ich habe sie nicht geschlagen. Ich meine, äh, no English. Okay, alles klar. Ähm, gut, ich würde sagen, sie sind festgenommen. Sie sind festgenommen. Wegen Verdacht der Vergewaltigung, würde ich jetzt sagen. Für Sie holen wir den Transporter. So, und Sie sind da hinten natürlich, äh, Sie sind natürlich befreit. Sie können Ihre Wege... Äh. Aber kommen Sie bitte vom Gebüsch runter, das stört mich jetzt hier. Nee, no one recorded that. Kommen Sie mal... Kommen Sie mal ein bisschen... Okay, dann rennt der auch nicht weg. Wir müssen den aus der Ecke rauskriegen. Jetzt wird's lustig. Kommen Sie von dem Gebüsch hier runter. Genau, hier. Komm. Komm, 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 los. Kommen Sie da runter. Ey. Ich möchte den da runterstoßen. Der soll da runtergehen. Nein. So, der soll jetzt runter. Ey. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich bin wieder runter. So. Ja, wenn Sie nicht hören wollen, dann muss ich eben zu Mitteln greifen, die nicht so schön sind. Sie sind befreit, ne? Oh, wir haben einen Officer mit Transport. Okay. Achso, Transport? Okay, mach mal, mach mal. Ich dachte, Need Assistance. Aber Transport ist auch in Ordnung. So, wo ist denn das da hinten? Und das markieren wir uns mal kurz, weil das ist kein Ray... Ah, doch, das ist ein Waypoint. Der sieht man nur verdammt schlecht. Und jetzt hier links. Ich glaube, da kommen wir schon lang. Da dürfen wir lang. Ja, ich glaube schon. Enten ist rot. Äh, jetzt wo wir eh. Also, beim German Setting kann ich ja immer ein bisschen rumlabern, weil da stehen wir ja oft an Ampeln. Achso, wir haben Grün. Ey, ich hab Grün. So. Ähm. Ähm. Was soll ich sagen? Ach genau, die nächsten Tage. Also wahrscheinlich am Montag. Oder Wochenende. Kommt drauf an, wie meine Laune ist. Ne, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wir haben... Ich komm gerade von einer Aufnahme. Von einer lustigen Aufnahme aus GTA. Die kommt dann aber die nächsten Tage. Ich weiß nicht. Könnt mal schreiben... Wie ist denn das? Wie mache ich denn das am besten? Zwei Videos am Tag? Findet ihr zwei Videos am Tag schlimm? Ich weiß es nicht. Schreibt es einfach mal. Ähm. Weil ich würde mir gerne am Wochenende die zwei Tage... Aber im Endeffekt macht es eigentlich auch nichts. Ich gucke einfach. Ich lade irgendwann die Dinger hoch. Es sind zwei Folgen. Mal was etwas anderes. Hatten wir früher auch mal eine Zeit lang. Und wir haben Grün... Aber jetzt... Jetzt komm. Mein Gott. Weißt du, die laufen hier über Ampeln wie sonst was. Und auf jeden Fall kommt dann... Eine Aufnahme war es zumindest lustig. Ein lustiges Video kommt da. Äh. Oder zwei lustige Videos. Aber die werde ich nicht am einem Tag hochladen. Die werde ich am zwei Tagen hochladen. Mindestens. Ich möchte dafür keine Folge LSBFA ausfallen lassen. Und ich weiß halt nicht, ob ihr das jetzt schlimm findet. Dass zwei Folgen am Tag kommen. Weil ich halt gerne das Wochenende Video freilassen würde. Weil da sind halt viele nicht... Ach, haben wir Grün hier. Das ist die Lambda hinter. Ähm. Weil am Wochenende halt viele keine Zeit haben. Und irgendwie... Weiß ich nicht. Ich finde Wochenende... Weiß. Einfach unter der Woche Videos. Und am Wochenende nicht. Ich finde, das hat irgendwie was. Weißt du, so... Am Wochenende nehmen wir uns alle frei. Und am Wochenende nicht. Es ist einfach so... Ne. Ihr könnt es eh nicht nachvollziehen. Ich weiß. Aber... Äh. Es ist für mich halt entspannter. Wenn ich am Wochenende... Äh. Nicht rendern muss. Oder nicht schneiden muss. Nicht hochladen muss. Wenn ich am Wochenende einfach chillen kann. Was auch in dieser Hinsicht angeht. Guck mal. Da stehen die Kollegen vom Revier, ey. Moment. Da chillen sie, während wir hier einen Einsatz haben. Oh. Da haben wir Verfolgungsjagd. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Okay. Guck mal. Die sind doch... Die flüchten doch hier, oder? Dann sind wir auf dem Boden. Ey. Ey. Ne, das sind die hier nicht. Das sind Passanten, oder? Wo sind die Karre jetzt? Da. Ey. Kollegen. Steigen sie aus. Steigen sie aus. Steigen sie aus. Nehmen sie ihre Hände nach oben. Ja komm. Sie machen das jetzt. Ey. Nehmen sie ihre Hände nach oben. Nehmen sie ihre Hände nach oben. Gehen sie auf den Boden. Sie sind verhaftet, weil sie den Zaun hier vor allem kaputt gefahren haben. Oder was weiß ich. Deswegen sind sie die Kollegen verfolgt haben. Aber das war jetzt wichtiger als der Einsatz da hinten. Außer wenn sie eine Leiche auf dem Beifahrer setzen. Zorn schieben. Nicht hinten einsteigen. Nein, sie steigen nicht da hinten ein. So. Gucken wir mal eben. Ich glaube, die ist nicht mehr ansprechbar. Das heißt, wir holen für die hier einen EMS. Den Einsatz, der muss warten. Mit dem hier, ne? Transport. Äh, warte mal, wir steppen hier eben ab. Das erinnert mich alles so ein bisschen an Emergency, wenn ihr das kennt. Oh Gott, jetzt fahren sie hier fast. Ich finde, das hat so ein bisschen was wie Emergency. Mit dem Krankenwagen hier. Na, das ist so leicht. Jetzt kommen hier zwei RTVs für eine. Willkommen in Los Berliner. So. Hier ist die durch. Wir machen mal den Spuren folgen. Wo ist denn die Gegend gesemmelt? Die ist hier auf jeden Fall reingefahren, weil sonst war der Zaun nicht hier drin, ne? Versteht ihr schon? Da hat er den ja reingebrochen und nicht rausgebrochen. Also hier in dieses Gebiet gebracht. Egal. Ich glaube, die ist einfach dagegen gefahren und wieder ausgeparkt, oder? Ja, für sie holen wir einen... Irgendwie wird sie nicht abtransportiert. Irgendwo, hier brauchen wir einen Corona. Aber sie können wir eh kurz mitnehmen. Theoretisch. Kann ich mit ihnen noch irgendwas machen? Ja, dann kommen vielleicht die Kollegen noch. Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall, sie werden abgeholt. Der Corona ist auch schon auf dem Weg. Dann kann der sie vielleicht mitnehmen, weil wir können nicht mehr mit ihnen interagieren. So, ich wünsche ihnen einen schönen Tag noch. Wie sie da... Das ist nicht Warplay-mäßig. Jetzt kommen sie mit. Kann ich den irgendwie nochmal auf den Boden setzen? Ich kann mir dann nichts mehr machen, Leute. Es tut mir leid. Dann muss ich jetzt Warplay-mäßig die Frau zurücklassen. Dann muss ich sie vielleicht zumindest an den Rand schieben, dass sie im Revier ist. Ja, komm, nee, das lassen wir jetzt hier einfach. Ja, ja. Sie hier im Krankenwagen. Was macht denn der da? Na gut, egal. Wir müssen jetzt weiter zu unserem Kollegen. Der wartet da schon sehnsüchtig auf uns. Und wir haben rot. Bleiben stehen. Ey, Mann, sind wir die Tür zu? Warte mal. Ich stehe in der Ampel gerade. Oh, wir haben grün. Egal. So. Wir haben grün. Wir eilen uns ein bisschen. So. Easy. Easy. Es ist hier schon wieder rot, ey. Es ist grün. Hä? Es ist nicht alles auf. Egal. Egal. Die Ampel in GTA. Sind ein bisschen strange. Oh, wir fahren ein bisschen schnell. Ein bisschen schnell. Nicht allzu sehr aufs Gas gehen. So, die ist auch grün. Perfekt. Ja, jetzt wird sie gelb. Ist aber auch noch in Ordnung. Ach, die sind da unten, oder was? Kommen wir da runter? Können wir vielleicht mal hier eine leise Anfahrt machen? Äh, oder stille Anfahrt. Das ist, glaube ich, korrekt. Enten ist jetzt der Zug. Kommen wir da drüber. Wie leise. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir hier da runter kommen. Weißt du, ihr merkt vielleicht im Deutschen spiele ich ein bisschen mehr Roleplay. Man kann schon mal jetzt einfach über ein Gras. Über ein Gras. über den Rasen gefahren. Ist hier ein Weg? Ja, das sieht auch ein Weg aus. Oh. Okay, never mind. Aber ich glaube, auch hier müssen wir jetzt einfach hier runterfahren, oder? Das geht nicht anders. Wir kommen anders nicht in den Kanal. Zumindest nicht schnell. Ich habe jetzt keinen Bock hier durch die ganze Los Santos fahren, um so einen Weg zu finden. So. Guten Tag. Ist das ein Auto hier von euch? Ah, ja. Sie sind hier runtergefahren. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Okay, holen wir mal einen Abschlepper für die Karre. Äh, holen wir mal einen Abschlepper für die Karre. Äh, ja. Ich möchte das Police-Vieker abschließen. So. Erstmal, bevor wir sie hier mitnehmen. Was haben sie denn hier? Was? Wie sagen wir ihnen den Helm auf? Naja, jedem das seine. Sie meinen, ja nichts verboten ist hier. Äh, aber sie nehme ich mit. Sie können bei mir einsteigen. Kommt, steigen Sie ein. Wir machen da mal so. Das ist ja kein Einsatz, ne? Da müssen wir jetzt nicht unbedingt mit. Ne? Das ist ja Bescheid. So. Ach, wir müssen eh noch da hinten. Das Auto wird eh abgeschleppt. Jetzt labern die uns zu, ja. Jetzt labern die uns zu. Kommen wir da hinten hoch vielleicht? Ach, ich glaube, wir kommen ja echt hoch. Perfekt. Oder? Ja, hier kommen wir hoch. So, 800 Meter ist die nächste Station. Das passt. Da liefern wir sie dann ab. Oh Gott. Jetzt machen sie hier keine komischen Beleidigungen, ja? Und hier blow someones brain off. Oder so hat er gesagt. Wir haben rot. Äh. Ach so, by the way, was ich noch mit ansprechen wollte, mit den, mit den 30 Minuten, ne? Ich kann die Folge keine 30 Minuten lang machen. Also, das heißt, auch diese Folge wird bald enden, weil 30 Minuten, da, 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 da crashen alle Systeme hier bei YouTube und bei mir. Lassen Sie mich, vielleicht, lassen Sie mich bitte kurz durch. Danke. Mein Gott, die labern mich jetzt zu, ne? Wir sind ja im Ganggebiet von Los Berlinos. Okay. Okay, scheiße. Das haben wir uns ganz ähnlich eingereiht hier. Verdammt. Gehen jetzt die Blinker? Nicht jetzt hier. Ah ja. Ich bin tatsächlich. Was die erzählen, das ist so geil. Oh, wir haben rot wegen dem Zug hier. Das wäre jetzt doch nicht gut. Ich fahre immer so schnell, so hastig, weil ich nicht auf ihre Markierungen achte. Ich dachte halt da hinten, am, am, am Bahnübergang wäre jetzt halt die Ampel erst, die Markierung. Aber, das ist schon hier hinten. Ne, Toe Service is stuck in traffic. Ja, das ist ja egal. Außer, dann trotzdem noch rot. Naja gut, egal. So. Wir fahren die Kollegen hier rein. Oh, äh, nicht das, nicht das Bethlehem betreten. Ja, ja, see you later. Easy. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dann lass mal drüber. Das ist ja nicht. Nein, okay, das machen wir noch kurz. Ich darf das ja nicht machen, ey. Das ist so ungewohnt. Das ist so ungewohnt. Ach, hier darf ich jetzt nicht. Aber wenn wir, wenn wir, ne? Also scheiße. Ja, ich muss das ausnehmen. Warum? Mann, ich, ich muss mir das vielleicht angewöhnen, weil ich möchte eigentlich das amerikanische Setting auch, zumindest was die Straßentübung angeht, richtig spielen. Okay, Stabbing. Also Stecherei. Oder Stecherei sagt man es im Deutschen. Keine Ahnung. Suspect is male. Okay, dann ziehen wir mal die Waffe. Wir haben nämlich hier eine Person mit einem... Da. Nehmen Sie das Messer und da. Gehen Sie, gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Scheiße, ich musste schießen. Ich bin ein... Ich kann den nicht fest... Ah, jetzt. Lassen Sie das Messer fallen. Lassen Sie das Messer fallen. Danke. Jetzt gehen Sie auf den Boden. Okay, wir holen Ihnen einen Arzt. Keine Sorge. Wir holen Ihnen einen Arzt. Backup needed for a suspect under arrest in Rancho. Adam 6, copy. We'll check it out. Hier der Kollege, der ist... Oh, warte. Für den brauchen wir auf jeden Fall auch einen Arzt. Attention all units. We've got medical aid requested in Rancho. Da kommen schon die Kollegen. Äh, brauchen wir unsere Karre nochmal gepackt. Da hinten, ne? Ja. Okay, perfekt. So, hier. Nehmen Sie den Kollegen mal mit. Der könnte noch Waffen bei sich haben. Ich hab ihn nicht durchsucht. Äh, da kommt der Krankenwagen. So. Also können Sie ruhig weiterfahren. Fahren Sie mal weiter hier. Genau. Oh Gott. Nicht Los Santos, Los Berlinos. So, können Sie für den Kollegen was machen? Hat er lange Haare? Ja, hat er. Okay. Ach Gott, das wäre irgendwie ein Bug am Boden oder so. Okay, das ist von der Skorn. Okay, dann holen wir für den Gerichtsmediziner. Ey, sollten Sie eigentlich nicht mitgenommen werden. Ich glaube, das Plug-in-Bug gerade ein bisschen. Leute, werden nicht mitgenommen. Na gut, okay. Ja, ich kann ja auch nicht mehr mit dem interagieren. Deswegen, äh, kann ich da recht wenig machen. Na gut, für den holen wir jetzt noch einen Gerichtsmediziner. Der ist da eh um die Ecke. Und, äh, ich würde sagen. Ich verabschiede mich dann. Das war, oh Gott. Das war eine coole Nachtschicht. Wir haben jetzt, ja, 4 Uhr 59. Ich gehe jetzt ins Bett. Wir haben 5 Uhr morgens. Unsere Nachtschicht, okay. Unsere Nachtschicht ist vorbei. Meine aufredende Nacht. Ich würde sagen, wir sehen uns dann am Montag wieder mit LSBDV. Und eventuell am Wochenende, wie gesagt, kommen die zwei Folgen. Ich weiß es aber noch nicht. Ich verspreche da nichts. Ich würde sagen, bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss.